Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Heute möchte ich euch das legendäre Rüstungsset Lavalicht vorstellen vom Pyromant. Wer es nicht sehen will, sollte jetzt wegschalten. Also Spoiler Alarm, ist optisch eines der geilsten Rüstungssets wie ich finde und vor allem für den Pyromanten echt mächtig, wenn man ordentlich Schaden austeilen will. So sehen die Stiefel aus. Wir fangen wie immer mit dem Dreifachbonus an und wie immer meistens ist das hier das Item Level 52. Also wenn ihr das Rüstungsset findet oder eines dieser Teile, sind die Werte natürlich anfangs deutlich geringer. Der Dreifachbonus, wenn ihr mindestens drei dieser Teile zeitgleich tragt, erhöht den Schaden und verringert die Cooldown-Zeit von Eruption. Diese Fähigkeit ist übrigens echt sehr, sehr stark. Die Werte der Stiefel erhöht den Rüstwert um 19.000, die Maximalgesundheit um 6.000, Skill-Life-Leach, das ist dieser Wert, der den Gegnern Gesundheit mit Skills abzieht. Cooldown-Reduktion um 6,5%. Wir haben einen Level 3 Mod, erhöht deine maximale Gesundheit um 5% für jeden Gegner, der sich in einem Radius von 10 Metern um dich herum befindet. Und das Ganze ist 5x stapelbar. Der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Phaserbeam. Reduziert bei Aktivierung des Skills sowohl Anomalie als auch Waffenschaden um 25%. Reduziert bei aktiviertem Skill sowohl Anomalie als auch Waffenschaden. Achso, den Waffenschaden, jetzt musste ich selber erstmal gucken. Natürlich den Schaden den Gegner an euch austeilen logischerweise. Jetzt kommen wir direkt zu den Handschuhen und zwar der Rüstwert wird um 21.000 erhöht, Bonusfeuerkraft um 12.300, der Long-Range-Damage wird um 13% erhöht und die Cooldown-Reduktion um 6,5%. Jetzt muss ich aber mal gucken, da sind ja nur zwei Level 1 Mods auf diesen Handschuhen. Okay, das ist interessant. Also, der erste Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Eruption und heißt Aetna. Na, was für ein Wortspiel. Skill kann ein weiteres Mal eingesetzt werden, bevor die Cooldown-Zeit beginnt. Also zweimal aneinander können wir die Eruption starten und der nächste Level 1 Mod nennt sich Pure Power, bezieht sich auf die Fähigkeit Phaserbeam, erhöht den Schaden des Skills um 60.000. Kommen wir als nächstes zum Unterkörper. Erhöht den Rüstwert um knapp 22.000, die maximale Gesundheit steigt um 6.000, die Status-Power steigt um 21,7% und die Cooldown-Reduktion um 6%. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Eruption, erhöht Explosionsschaden um 68.000. Also wie gesagt, dieses Set ist ein absolutes Damage-Monster, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Phaserbeam, erhöht den Radius des Skills um 100%. Der Oberkörper erhöht den Rüstwert um 21.000, die Anomalie-Kraft wird um 13.800 erhöht, die Cooldown-Reduktion um 7% und der Long-Range-Damage wird um 12% erhöht. Der Level 3 Mod reduziert erlittenen Schaden von Elite-Gegnern um 20% und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fertigkeit Eruption, erhöht den Radius des Skills ebenfalls um 100%. Kommen wir noch zum Helm, erhöht den Rüstwert um etwas über 20.000, maximale Gesundheit wird um 6.000 erhöht, die Cooldown-Reduktion um 6% erhöht und Skill-Life-Leach um 3% erhöht. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Phaserbeam-Fertigkeit, fügt Feinden Asche statt Brennen zu. Jeder einzelne Treffer an einem Gegner erhöht die Anomalie-Kraft um 15% für 10 Sekunden, das Ganze ist 5x stapelbar. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Eruptionsfähigkeit, erhöht den Schaden über Zeit bei Lava um 39.000. Ladies & Gentlemen, das war es schon mit dem Lava Leach Rüstungsset. Ich bin gespannt auf eure Meinung, lasst dem Video wie immer einen Daumen da, ein Abo wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Autos out, Riders nichts verpassen wollt. Das war es von mir, ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!